ja nur 50 Box zum nächsten dem Wochenende ich hab doch die Morgens die die Stilie die Stil aus dem Trinken ich habe es recht ist mehr von uns auch hier ein sein okay dann hier so ein Lärm hier im Wasser er wollte auch mit dem Wasser lang ihr findet mich nicht für die Spur gelaufen das ist der Wasser lang und schön du bist du mehr oben das ist noch ein bisschen Norddeutschland geht schon an die Ola ich bin und du ließ auch hier und in Südien nochmals mehr du kennst du mir stehen und um die Militär durch die Schilderung und ich war trotzdem schnell wie hier Nürnberg aber es ist aber es ist komisch dass wir immer noch nicht diese Militärbunker gefunden haben Entschuldigung müssen zurück der Weg endet hier oh das sind über die Wiesigigen Ticken das ist Militärbästens oder was hat Bunker Militärbunker 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 ich sie dir irgendwo im Stützpunkt hier irgendwo nicht mehr 8 besorgt wieder außen rum alles abzuholen so mal rein ins Getümmel da unten ja hier ist ein Weg man hat den wenigen da haben wir schon drinnen aber du bist immer derjenige der hoch auf dem Mond und das will und von oben runter gucken ob der mich rumlaufen muss wir laufen hier dran vorbei dort ach so wir gehen da nicht los ach so näher dann das ist ein Walking Simulator oder so fett laufen Walking Simulator 2016 ja war echt hey fehlt einer ne 1 2 ach da kommt einer Tanja war Pippi machen so wir machen heute einen Spinning Kurs und los gehts 1 2 3 1 2 3 1 2 3 juhuuu nein die Militär aus den Prozent wir laufen durch die Wiese durch so ist die genauso gut ich glaube ihr seid alle gegenwärtig ja ja was hat nur ihr zu warten ob es das Gewehr wurde sicher stehen oder genau und die 9 Millimeter und letztes Spiel noch wie hieß es noch H1 Z1 in der also die Person und Gewehr hast du ja dann hat ein Bogen oder und kein Gewehr auch und so jetzt mal oben ab Wieso gibt es zu dem dem Juni nicht die Pistole bei der Karte ab und ob er bettet auch was man zu finden können der GmbK 3 wie viel Schuss hat die auch gar keine Wurzeln geben sie auch und doch was hat mehr schon mal die geklärt alle zwei nur das gleiche Fragchen oh wieder wo wo ich hier steht den John keep out okay in mein keep out in my ass was was nein also jetzt ähm soll ich oben gehen äh oben soll ich oben gehen ey soll ich oben gehen soll ich oben gehen nö wir gehen jetzt alles gemeinsam hier und haben hier mal ein bisschen Action du musst ja nicht jedes Mal in God spielen und von oben gucken wir gehen jetzt alle gemeinsam hier okay wir gehen alle gemeinsam und sterben alle gemeinsam richtig ich werde aber nicht vor mir sein ich bin die aus dem Weg machen doch geht das ist ein paar Hörer das auch nicht mehr die Städte der Läge in den Augen wer jetzt zuerst gehen will der Lefvoraus der Freilichel für alle zu n aber ja auch ein der Jan kommt irgendwann vor allem auch und dann bin ich nicht dass mich wohl Frau das auch so riesenrotz und Frau So, bist du jetzt vorne, Frau? Und weißt du, weißt du, was jetzt geil ist? Jetzt rennen wir unten rein und alle stehen so oben auf dem, auf dem, auf der Klippe und gucken. Hier kommen wir rein, oder? Ja. Ja, hast du toll. Markus, jetzt geht los. Ähm, wenn Paul kommt, nicht irgendwie gleich töten oder sowas. Nicht schießen, versuchen zu töten mit Messer. Ich hab ne Angst. Ja, sowas. Das lockt untägliche andere an und... Oh, scheiße, der grüne Fahrer aussieht, der... Sollen wir zuerst den Bunker jeden nehmen oder gleich direkt vorne hinlatschen? Ich geh jetzt hier rein. Markus, jeden ist auch noch Bunker, so wie den beiden nehmen hier die zwei hin? Wir müssen weit weg, als wenn, dann sollt man alles gemeinsam bleiben. Okay, ich bin jetzt hier, ja. Dann sind wir drinnen, Markus. Drinnen, wir bleiben hier an der Seite stehen. Okay, ich hab' brauch' was zu essen, Mensch. Frau, hast du auch noch was zu essen? Jetzt irgendwas auf den Kissen so was zu tun, ne? Nein, wie viel hast du noch, Prozent? Oh, ich hab'... Okay. Ich hab' den Morge gegessen. Der Hangger ist leer. Der Hangger ist leer? Ja. Okay, dann geh' mal in den nächsten Hangar. Ding, damit alt kann man hin und her gucken, ne? Emi? Du sagst kurz mal, was das ist, das Schwarze? Ob du was drin findest? Kleine Dinge hier? Ja. Oh. Aber lass' wirklich den Chef hier rausgucken, jetzt. Wir müssen alle viel... Ja, weil ich mein, weil ich einfach mehr gucken tue, weißt du? Nö. Ich versetz' mich so in der Spielreihe. Ja, ich auch. Ich weiß, dass du dich im Spielreihe ansetzt, deswegen lässt du uns auch als Laufburschen machen. Genau, genau. Ja, mir ist schon klar. Jo, ist ein Vollhaus. Ich hab' aber was gefunden. Was denn? Äh... Du musst es dem Boss immer melden, was du findest, ne? Nicht einfach wirklich mal halten. Ah, hier. Daktee. Uhu. Metalpipe, keine Ahnung. Der... Metallpiepe, Mann. Nee, Kass, schmeiß weg, das Ding. Pass auf, warte, Mann. Der Boss. Markus? Ich weiß nicht, der Boss. Ich bin hier der Boss, ne? Wollte den nicht nehmen? Ja, genau. Genau, rennt ihr beide mal da rein? Ah, da sind Container. Ja, Tanja, wir gehen beide hier. Wo ist denn, Julien? Quickie? Okay, ihr beide rennt, Quickie machen. Also ich bin jetzt in den nächsten Hangar reingerannt. Okay. Aber man macht Vorsicht, Julien. Also es kann sein, dass unten bei dem Militär jetzt Bunker... Wir sind hier oben. Das unten wirkt nicht manchmal Spieler sind mit 5678, ne? Guck mal den Rucksack rein. Großer Rucksack, oder? Äh, nicht. Oh, die Landkarte zu. Okay. Nice. Und ich bin, ich bin immer noch rechts vom Bunker, ne? Alles gelotet, warum? Ja. Alter, okay. Der hat aber leer. Okay, dann warten wir hier kurz, bis die anderen wiederkommen. Essen, halt. Nicht rennen. Okay. Wir eilen euch, Julien kommt zu euch. Essen. Ja, warst du es, oder? Ja, jetzt gehen wir weiter. Wenn ich vermisse etwas hier. Ja. Zombies. Hast du euch schon getötet? Naja, deswegen ja. Immer wieder das Licht anmachen, ja. Ja, ich sehe euch heute nicht. Sorry. Rieser. Ach so, hast du schon. Bauer, lass mal wieder gewittern. Ja, wieder so. Aha. 62 mal 39er Rounds, elfmal. Ist das deine für deine Waffe, die du nicht hast? Yellow Smoke Granate. Handschuhe. Glaubt, oder? Ja, zwei Handschuhe. Ähm. Ja, das war's hier drinne. Okay, machst du mal das Licht aus? Ja, ja, ja. Ja. Ach so. Ach, das ist ja wieder ein Licht gewesen. Okay. Jetzt gehen wir hier geradeaus durch, da kommt ein Zaun da vorne. Dann sehen wir die Stadt von hier oben aus, schon mal. Ja. Der will immer von oben gucken, du. Ja. Ich sehe nur die Umrisse. Ja, das ist ja so. Da haben wir auch einen. Nein, nehmen Sie so aus, bestimmt kein Mensch mehr. Waren ja vorhin nur 16. Dann hat sich für dich auf 20 erhöhten, wo wir rein sind. Dann haben wir auch nicht, ähm, ihr beide, was ist alles finst du hier, ne? Ja. Ach, nö, ist das Helgo, hast du gesehen, nicht? Ja. Ich würde ganz gerne mal nach vorne hinlaufen, das kommt. Die beiden bleiben hier jetzt los. Sehr gut. Ganz kurz mal mal ein bisschen, bisschen ruhig bleiben. Ich will, ich möchte wissen, ob irgendwelche laufen. Ihr macht jetzt die Container hier, ja, du und Tanja? Ja. Ja. Okay. Sag, ich bin jetzt gerade ausgelaufen zum... Ich renne nur nicht, aber ich hab keine Energie mehr. Ja, auch nicht. Aber wir sind so schnell, dann hast du ein Auto, hast du ein Robbikop. Aber irgendwie sind die alle leer. Ja, nicht alles, kann sein, dass einer vielleicht voll ist. So genau gucken. Ja, voll mit Müll. Da finde ich es ein bisschen was. Müll schon lecker. Und, Markus? Ich kann mir nicht durch. Ah, hier, nein, hier. Was ist keine Trakt? Ich schneide. Oh, weil ich doch den Berg, ich hab mal jetzt nur gebüscht. Alles, 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 oder? Ah, hier kann man gut sehen, Semi. Guck mal hier. Und, was sieht man da? Lichter. Da rennt nix rum, du. Zwischen alle in der anderen Stadt, in der großen. Ist auch gut für uns. Ist auch optimal. Da können wir halt ruhig ruckzuck rein hier. Dass hier vorne alles luden. Ja, hier unten in den Zelten. Ihr kommt dann weiter vor zum Zaun, Tanja, natürlich. Ja, wir sind da. Aber jetzt rechts, äh, links am Zaun, ne? Nicht in den Zaun rein, sondern links am Zaun. Links laufen. Den Zaun entlang laufen. Ihr nehmt aber aus. Aus? Nee, aus. Ach, wenn du schiehst. Du schiehst, du schiehst. Du schiehst, du schiehst. Du hast mich geschoben. Na, du schiebst mich. Hör doch auf. Hä, nicht? Ich schieb dich? Ja. Ja, wo sei denn? Du schiebst. Hier vorne sind wir immer hier. Genau hier, du bist bei uns. Das ist Tanja, ja? Und jetzt kommt noch auf der Julien irgendwann. Was, wo? Links, oh, eben mal alles verraten hier. Sammy, guck, guck da vorne hin, auf den Militärwiss, übergehend das Ausrufzeichen an. Also, ich bin jetzt reingerannt. Okay. Okay, okay. Ah, alle jetzt da hier, okay. Sieht alles leer. Ja, gleich das hier mal. Ja. Oh, was macht denn er schon wieder, du? Ach so. Ja, verrät uns halt. Mal, weil der alt ist, Jürgen hat uns Schlangen verraten. Also, das hat das Hemi, was auch, Entschuldigung, das Hemi heute nachher, wenn er als erstes stirbt. Heult? Ja. Ich kriege ja dann noch Sex. Von mir aus kann es ganz schnell gehen. Oh, so leicht. Hast du das Graukranaten? Ja, also, da fällt er gar nicht auf. Die müssen jetzt nicht direkt ins Licht laufen. Das ist ja zur Ablenkung. Jetzt denke ich, die alle da sind und dabei sind, ja, hier, schließt du? Ja? Boah, grünes, grüner Rauch und alles hier. Ach, ich dachte schon, ich bin der eigentlich hier runter. Nein, ich rutsch runter. Äh, wie Tanja, so. Ich bin hier von. Ich gehe den Weg entlang, oder? Äh, bin ich nur Raum? Hä? Welchen Weg? Ah, ja, ich nicht. Was soll ich hier mit dem Turm? Äh, du kannst auf dem Turm kurz hochgehen. Ich warte kurz hier unten, aber vorsichtig runterlaufen nach den Treppen. Sie sind noch der oberen Frau. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Auf dem Turm? Achso! Leiter hochgehen? Du bist noch nie in den Zappel gestiegen? Achso, hier, ja, aber das ist scheiße, du musst ganz außen vorn laufen. Ja, gut, du kannst hier vorne, wo wir eben durchgelaufen sind, ne? Ja, das ist mir zu weit. Ach, du bist gerade hier. Ja, okay, gut. Dann hoffe ich da dann nicht. Also, ich bleibe drinnen, nicht raus, nicht rausgehen, drinnen bleiben. Hier. So, geht hoch, ja. Äh, äh, nix. Nein. Ich sag dir, wenn ich Bescheid bin, ich bin tot, bin. Das ist gut, wie so tot. Endlich oben ist guckst du von Oma herunter auf die ganze Stadt hier, wie aussieht. Ob da vielleicht sich irgendwie hier nicht Kegel benutzt, außer das Grün, das muss ich nicht mehr beachten. Okay, hier oben ist auf jeden Fall nix. Also, ich sehe. Nix. 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 Nix leuchtet rum, außer das rote Licht. Ist es rot? Ja. Okay, dann, dann schleunigst, dann kommt schnell runter, Julian. Aber wie gesagt, langsam die Treppe runterlaufen. Eher, sonst fiege ich hin. Ich weiß. Äh, sei mit, Tanja? Wir sind Schimilz. Ja, ja, ihr habt gleich einen Dingsenturm, ne? Den nächsten, okay, ja. Sollen wir den hoch, dann geht ihr dahin. Und die ganzen in den drinnen, die ganzen Aluhäuser noch? Wenn ihr fertig seid, treffen uns dazwischen. Okay, alles gut. Ich laufe den Nachwuchs. Rüllen, kommst du mit? Ja, ich bin da, ja. Ich kann halt nix schießen oder so. Ich hab nur Axt. Ich laufe nur mit der Axt rum und ein Hammer und ein Taschendammel. Das reicht zu, strahlen die Leute an. Bisher der Handwerker, haben sie noch nie in den Weg gespielt? Da musst du die Taschendammel benutzen, um zum Beispiel zu töten. Okay, Juli, ja. Gesamte, rechte Seite. Du machst das nicht, du machst das nicht rein. Nix. Ah, nix. Wie viel? 23. 23. 23. Ja, hab ich noch. Ich hab ich noch. Also wenn du das nicht brauchst, Juli, ich schmeiß raus, ne? Wenn du zum Beispiel Essen hast, dann kann ich auch noch was fürs Knoten geben. er hätte ich habe genug Essen dabei wir kommen runter langer nicht wissen wenn du für Stuttmann oder verletzt sich mal die hinteren Zelte sind alle fertig sind wir ich bin die nächste Reihe nehmen wir gehen von vorne praktisch schon rein die ist nix nr ok zu lernen die der nicht mehr spielen müssen alle kommen wenn ich ja ich muss es hier die hier drüben achten konnte man haben hätten alles abgucken hat dann ernten als die die lange Schule auch die Menschheit echtes trinken aber nun gehen auf die Betten gucken mich nicht es ist eine Pistole was sein 9 mm mit magazin wenn man sich nicht mehr und in der magazin nicht mehr ja ich bin ich habe ich habe auch 22 jahre aus für euch nämlich die waffe ok ja ich gibt schon immer eine reinkommen ich gibt schon immer eine waffe kommen da ganz hinten so gibt es noch nicht mehr was ich achten schon also platz wird nein aber ich mache kurz platz ja jetzt zwei plätze frei ja zwei habe ich guck mal hier einmal und noch einmal shotgun patroon habe ich gefunden hast du auch was dann ja werden ja das sind die ja alles das ist die ich komme raus ja nicht irgendwo hinwerfen ich habe es aber nicht aufgenommen aus dem schrank wo ja hier ich weiß jetzt 37 35 geil 33 jetzt geht runter ich sehe gleich wieder richtig ich sehe vor ich sehe vor vorbe da drüben ok man letzten schon gewesen ja nix gewesen nix 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 da war ich doch nicht ah 22 20 Uhr Westland das meine ich habe mal die Patronen mitgenommen und die Laufheit ist es wird und es sind nicht nix 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 ù-dimensional shen nix nix in Michael steigen war noch nicht nix also am Roist in 22 ja da hatte ich조 mit Unja Op wird natürlich nicht nur die parete mit die er dasselte diese garantieren Dynamisch 3 Pakgist holle Okay und bei der Nähe bei der Rhein auch hier auch nicht mehr weitergehen danach so ist auch zwei Millionen für mich aufgesammelt habe ich gehört ja und hat doch ein bisschen die aber auch essen die ich nicht er hat die 3 7 50er dann wollen wir schon ja hatte er auch nur Patrono aber wir wollen die gewollte die Kriege ich jetzt die 22 oder nicht? Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn, Sammy? Ja, ich bin ja... Ich habe ja Tanja gesagt. Halt, ich habe was weggeschnitten. Scheiße. Fakt-Tay. Uh. Das ist auch gesammelt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, habe ich nur eine Kugel drin. Ja, das war ein Magazin. 22-Germagazin. Mit einer Kugel. Die eine Kugel kannst du entladen, ne? Habe ich ja gemacht, ne? So, wer hat jetzt noch 22? Der da. Das ist Julian. So, wo habe ich die denn? Äh... Ja. Achtung, für so. Wie, wie? So, muss ich da hin. Ja, ne? Mach. Ja. Okay, habe ich. Noch mehr? Nö, habe ich nicht. So, was hat er... Aber ich habe noch Schuss. Außen noch. Ja, warte, warte. Hat jetzt der Julian... Ja, der kann es wegwerfen. Hat der Julian jetzt eigentlich... ...Patronen? Also eine Waffe? Ne, Waffe ja nicht, aber Patronen. Nein. So. Ähm. Ich glaube nicht, dass es noch mit dem Gewehr was wird. Oder, Markus? Deine. Was weiß ich, hier unten gibt es die anderen Zelte noch, ne? Also gut, dann haben wir hier noch gezeltet, hier? Auch noch gezeltet? Ich... Ich habe noch die 22er, ne? Achso, dann bin ich noch mal hier dabei. Wo bist du denn? Ja, hier. Okay. Markus? Ja? Ja? Ich hätte schwören können, ich habe jetzt keine Schritte gehört, aber andere, weiter weg. Achtet mal ein bisschen drauf hier, bevor wir hier alle eingehen wegen so'n Scheiß. Okay, Markus, hey, ich bin vor dir. Okay, warte, warte, ich habe keinen Platz. Sech Schuss mit Magazin, Mann. Ich weiß nur, ein Magazin ist raus hier. Leeres von HK45. Mhm. Ne, hier, Markus. Hier. Das da. Hier habe ich. Achtung, Magazin kommt. Kannst du dich nicht schon entladen? Hast du Magazin denn dafür? Geht doch nicht, das geht nicht, das ist nicht die Waffe. Ich brauche nur die Patronen da drin. Nein. Achso, ein Lase, doch. Ne, da geht nicht, dann schweiß ich die. Okay, dann gib mir sie her. Gib mir sie her. Achtung, ich ein Lase, sie kommt. Achtung, du siehst du kommst. Okay. Okay. Jetzt passt gut. Gut, also gut. Magazin schmeiß weg. Ja, hatte, hatte Julien zu irgendeinem Waffe hinweichen? Nein. Auch so, okay. Hat immer noch keine Waffe, das gibt's doch nicht. Ja, gut, ich habe eine Waffe, aber ohne Magazin. Ja, lass uns mal kurz weiter losen. Was ist ein Magazin brauchen wir denn? Was ist ein Magazin brauchen wir denn? Ja, was war eigentlich? Ja, 25 Euro. 22 Euro, also für die MK3. Auch 22 Euro. Ja. Ja. Ja, ich habe ein Lehrersmagazin. Was sind? 22 Euro. Ja. Ja, aber die Patronen habe ich, die brauche ich ja. Jetzt fass auf, ich mache es ganz anders. Was auf, Markus. Hier steht die echt toll. Ich habe Pistole, ja. Mit welchen 9 Millimeter, ne? Ja. Tanja, 3,57er, wie viel Schuss? Schnell, zack, reden jetzt. 6, 12, 18, 19. Okay, du gibst Julien jetzt den großen Wummer, los. Was ist der 2er? Mit 3,5,5,5,5. 3,57er, packst die raus und gibst die, äh, Julien. Und der wirft die andere 22 Euro raus jetzt, diese Waffe. Die brauche ich ja nicht. Der ist hinter dir. Der ist immer da, wo es gibt. Gib ihm alles, was er hat. Und dann kriegst du von mir.